Heil aus Auf Mord mal Schweinefinder Geh da Sein ganz in den solchen Herden unterwegs Ich hab sie aber nur einzelnen getroffen Das ist ein Löwe Die Wölfe sind schon heftig, ne? Dass sie rot sind und wo sie ja nicht so klein sind Schon Wahnsinn Ähm Jungen Leute Ich hab kein Schweine Mir halt jetzt keine Schweine mehr auftauchen, ne? Da ist ein Schweinchen Da ist ein Schweinchen Unsere Leute halt ganz schön weit weg schicken, ne? Wollen wir aufs Leben wieder heimkommen Männchen, Männchen Das sind zwei Weibchen, die nur umgelegen Zwei Weibchen, die auch nicht Zwei Weibchen, die auch nicht Da ist ein altes Weibchen, ne? Da ist ein einzelner Steinbock Da ist ein einzelner Steinbock Da ist ein einzelner Steinbock Altes Weibchen, ruhig und licht Hehehe Hehehe Grazie Hehehe Acht Diese Leichnen halt Also ich dachte dass sie sich irgendwo Vergraben oder so, ne? Können wir noch mal abbauen. Wenn wir den Stein da weg haben. Oh, ich glaube, dass mir irgendwas von dir wohle. Schwein. Nein, danke. Oder? Nicht ein Schwein. Ob ich von irgendwas zu viel, die Sperre kann ich mir noch verkaufen. Habe ich wieder genug, oder? Naja, dann muss ja noch produziert werden. 60. Ne, das ist doof. Das ganze Produktion für das ist geil. Da wird sich am Jawohl ein zweiter Handwerk schon geboren, ne? Nein. Mache ich mal noch eine Feuerstelle hier irgendwo hin. Wo fällten wir jetzt weiter, Leute? Bier, ich kenne denk. Eis. Tres. Ecco. Hei. Hoi. Slibe. Ciao. Ciao. Uff. Uff. So, holt euch die Schweinchen, Leute. So schön da, wie die jetzt schon sind hier. Ich bin da auch mal nebenher vorgereitet. Ich bin da nämlich gerade das ganz große Bauwerk hier. Oh! Bin ich denn irgendwo außerhalb hin? Oh Gott. Das ist übertrieben. Naja, Räuber zerstören, sowas nicht, oder? Weiß es gar nicht. Hüftel. Huch. So, ich hab wohl jetzt auch Schweine. Vermute ich mal. Ich weiß zwar nicht wo. Kann auch sein, dass sie noch mal unterwegs sind. Noch gar nicht da. Völkerhofen 33 ist schon gut. Wird schon besser. Okay, hier schieß. Kann doch mal ernten. Da wird Flax abgebaut. Oh, ich wollte mal wieder eine Lagerhütte haben. Boah, aber wo ist so viel Platz für die Siedlung? Das ist echt viel. Ah, genau. Läuft super. 770 Fleisch. Das ist ja der Hammer. So. Zu viel Platz für heute hab ich trotzdem die Gnobel. So. Ja, das dauert mir zu lange, bis der abgeholt ist, das macht keinen Sinn. Ich muss gerade, ob die da durchlaufen können. Ich muss es hier ganz schön erweitern, ja, irgendwie noch. Die sind gar nix. Eselchen! Wo sind denn eigentlich jetzt meine Schweine? Das würde mir hier schon mal nicht sehen. Ich seh nur die Ziegen und Schafe. Schafe. Ziegen. Ja. Ich seh keine Schweinchen. Ich seh nur das noch mal. Das ist so wahnsinnig. Ein junger Schweinchen. Ja, lustige Schweinchen. Ich seh nur das. Hehehe. Nein, in Outfits tatsächlich. Jeder Outfits? Was tragen die eigentlich so das ganze Jahr? Brauche ich irgendwas jetzt nicht mehr? Keine Ahnung. Wird ja nicht verfallen, die Klamotte. Mein Lager soll das jetzt echt mal ein bisschen bauen hier. Da ist ein Schweinchen. Oh, ich sollte man sich durchspeilern, oder? Ach, die können auch rennen? Ich doppelklick? Ich bin am Dackel. Okay, einer ist getötet worden. Das ist doch okay. Schlitten nicht mehr, du zwei. Da müssen wir gleich mal noch neue. Oh, wer schreit denn da so? Was hat der an für ein Auto? Ach, das ist der Händler. Was hast du Schönes? Eigentlich nix, was ich brauche. Beide auf Getreide könnte man nehmen, ne? Das kostet nicht viel. Tor weiß ich gar nicht, ob es gerade reicht. Entschuldigung. Ah. Okay. Bin einer tot. Das ist gut. Schweine sind nur zu schlachten da, oder? Ja. Ja. Krankheit, wenn ich die feldfrüchte. Da ist die Krankheit. Oh, die sind grau. Oh, ja, ja. Boah, man braucht wahnsinnig viel Platz für so ein Dorf. Das ist ja Wahnsinn. Und ich hab auch noch nicht verstanden, warum ich da überhaupt eine Mauer hier bauen soll. Aktuell. Aber naja. Schweinchen. Oh, ich hab schon 10 Schweine. Oh, hab schon 10 Schweine. Schweinchen. Oh, hab schon 10 Schweine. Fleisch, ey. So, wie, war das Fleisch? Ich weiß, ich bräuchte die Haut, aber... Hab ich gesagt, irgendwie bist du zu doof. Was sind denn hier für Aux-Größen, hier? Meine Güte. Ey, da muss überall geschert werden. Seht ihr das denn nicht? Die sind alle zu beschäftigen. Ich brauche mal Leute. Ich brauche unbegal Leute. Ich brauche schon die nächste Zeit, da. Was machen die da? Wachsenbäume ist sehr gut. Sehr schön. Wachsenbäume ist sehr gut. Brennmaterial, die brauchen Brennmaterial. Meine Halbbau. Zwei. Zwei. Achtung, wie ist denn da das Feuer? Sieht, sie trübt sie vielleicht auch so. Ich muss nicht so viel ans Feuer, verstehe. Gut, weil es überhaupt kein Problem ist, oder? Aber wenn sie schlafen, tun sie vielleicht ja gleich die Timmatoren. Wie macht das? Einige Jahre wird so schlecht. Das hat man halt auch Färbe, finde ich. Machen wir gleich mal. Große Buche weg. Alter. Das sind denn echt drei Gruppen an Auerhochsen hier. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, die Schweine sind gerade alle noch jünger, kommt gerade halt auch nichts nach. Mit großem Willen. Ich hätte gerne noch einen Kornspeicher. Ich möchte es nicht verfallen. Ja, ist okay. Leinen-Outfit drin. Die trägt noch ein Leinen-Outfit, ja, oder? Nee, Wolle-Outfit. Er trägt noch ein Leinen-Outfit. Die? Nee, Wolle. 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 Er trägt noch ein Leinen-Outfit. Das hat gar nicht mehr, oder? Ein Leinen-Outfit. Was habe ich denn da, 12 da? Ich muss doch jagen. Das ist doch doof. Das müsste da aber zum Ähren angreifen. Zu zweit? Vielleicht nicht ganz, glaube ich. Ich will nicht kinder weg, haben wir da. Äh. Ja. Ich bin noch klein, ich gebe mir noch ein Feier. Ich bin noch ein Leinen, ich gebe mir noch ein Feier. Na! Na, ich geh! So ein Megaliten hätte ich jetzt da genug, ne? Für das große Bauwerk, aber will ich das? Das Pop braucht zu viel Platz. Bis ich die dann alle cool habe, ist doch ja ojebig. Ich sollte die Limits jetzt echt auf Prozente geben wollen. Fücher! Halt! Ruhe Haut! Quatsch! Nee, da wollte ich runtergehen. Die Herze kommt aber auch noch dazu, mein Gott! Extel! Sicher ist, ob wir 50 gehen. Hacken! Das Geld brauche ich hacken. Keine Ahnung. Gut. Gut. Wo ist das? Ach, das ist zum abbauen gedacht. Nee, Moment mal. Wo ist das? Reicht 5,20. Reicht 5,20. Okidoki. Dir ist kalt. Du hast 3 Wolloutfits zu verhören, dir ist kalt. Was geht denn das Leinenoutfit? Hat das überhaupt irgendjemand an jetzt? Wahrscheinlich eher im Sommer, aber da hat es auch niemand angehabt. Ich muss mal, glaube ich, in die Hilfe gucken, ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Heute und Wolle, aber keine Ahnung, wir müssen hier eines davon. Also brauche ich das Hautoutfit nennen. Leder oder Leinen. Jetzt brauche ich Leder eigentlich auch nicht mehr. Lederoutfits. Okay, Moment. Dann setze ich deshalb wohl. Null. Null. Lange, lange, kurz, kurz, kurz. Okay. Reichen da doch 50 Prozent. Auf jeden Fall. Boah, nächstes davon. Grundsätzlich, glaube ich, nix mehr. Ist das denn denn kalt? Dann geh doch heim. Wir haben dich mal auf. Das muss echt, glaube ich, doch die Häuser auf werden. Jetzt frieren sie nämlich alle. Ich weiß nicht, ob er jetzt riesig ist, oder? Schläft er? Schläft er? Noch schlusslich? Hier haben wir an. Wird irgendwie dunkel. Danke. Okay. 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 Vielen Dank.